Ich frage mich, manchmal kommen hier Kornkreise, jeder kennt die komischen Dinger. Und wie kann ein Mensch so komplexe Sachen machen, wie soll ich hier reinkommen, ohne Kornabzug zu dinken? Geht doch gar nicht, wie viel er da reingeht, ohne das Kornabzug zu brechen. Geht doch gar nicht, der Polatirat.